Musik Ah, Mittagessen für Helden, Würstchen und Kartoffelsalat. Also wenn das jetzt nichts wird gegen den Behemoth, dann weiß ich auch nicht. Malzertal und herzlich willkommen zurück zum Final 7 Remake. Mal gucken, was uns jetzt hinter dieser Tür erwartet. Letzte Folge so ein bisschen Cliffhanger, es tut mir leid. Aber du musstest ja nur einen Tag warten, hoffentlich. Wir wollen uns reinschleichen, ne? Wir wollten uns reinschleichen! Hallo, Barrett! Tiefer? Hm, Barrett! Wir wollen uns doch reinschleichen. Nicht Krach machen. Also so wird das nichts. Äh, da ist die Arena. Hab ich mich hochgeheilt? Kann ich mich noch hochheilen? Nein, kann ich nicht. Schrei aus der Erde. Der sieht ja echt fies aus. Toll, ich wollte mich noch hochheilen. Guck dir das mal an. Verdammte, verdammt nochmal. Jetzt muss ich erstmal mit Barrett raten. Wirkungslos, super. Okay, erstmal auf den Körper. So, erstmal heilen. Scheiße. Ah, was. Alter. Wurde aber ein Auflohörner genommen gerade. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Ich muss weg. Das war klar. Ich sehe kein anderes Ziel. Außer mit dem Kopf. Auf der Hörner geht's nicht. Ja hier, ein Schwanz. Das ist eine gute Idee. Unterkörper. So, warte mal. Erstmal analysieren, ne? Erstmal analysieren. Laut. Der, der, der Behemoth Typ Zero. Oh. Hä? Kann ich nur den Oberkörper analysieren? Na gut. Eine modifizierte Version des Behemoths. Die von Shinras Forschern als Versuchsobjekte gehalten wird. Also gehalten wird, genau. Objekt, nicht Objekte. Ähm. Wo bin ich denn stehen geblieben? Ich muss gerade das Kabel weg, weil die Katze schon wieder da ist. Brrrr. Ähm. Wiederhole Experimente. Wiederholte Experimente haben dieses Monster immer wilder werden lassen. Andere Monster erzittern in Furcht vor wenn sie sein Gebrüll hören. Zerstöre sein Ober- oder Unterkörper um ihn zu Boden zu bringen. Wenn du ihm ein weiteres Bein brichst während er am Boden ist verletzt du ihn in erfällst du ihn in den Schockzustand. Er kontert Magieattacken mit seinen Hörnern. Also zerstöre sie bevor du versuchst ihn mit Magie das Ding auszumachen. Ein magischer Ring ist stillbar. Du da muss man glaube ich ein bisschen stillen. Aber von wo? Wahrscheinlich überall hoffe ich doch mal. Jawollo gestohlen nice Geh jetzt mal kurz zu Barret wechseln Okay erst mal Fertigkeiten sollten wir mal eben teilen. Ich glaube Cloud braucht mal tatsächlich eine Heilung. Ne Quatsch Was ist denn los mit Cloud? Warum ist denn der Rot? Was passierte da? Ach ist glaube ich immobilisiert ne? Sehr schön So und jetzt Fertigkeiten Entfesselung nochmal drauf Diefe wurde schon wieder niedergerungen So Fertigkeiten Entfesselung Fertigkeiten Entfesselung und dann drauf Drauf Diefe So pass auf Ähm Mal kurz zu Cloud Macht mal einen Mutangriff auf den Oberkörper Ähm Hochtouren Den Oberkörper Sehr gut Sehr gut und Limit Delfinschlag Auf Auf De Hörner De Hörner So Barrett Maximale Wut Auf De Hörner Alter Nice So Cloud Cloud kriegt jetzt auch nochmal was zu tun mit Ende mit Schrecken Ich hoffe er rennt jetzt nicht weg Oh 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 Das ist keine gute Idee Ach Da ist besiegt Ich glaube er hat noch irgendwas hier Meteor gemacht oder so ne Kann das sein Ah Aber er ist besiegt Er fällt Er fällt Er fällt Da liegt er Aua Nein Puh Geile Medizin Ach Das war das Horn was noch fehlte Schrei aus der Erde Auch erledigt Sehr gut Puh Naja Geh doch eigentlich ganz easy Oder Naja Erstmal kurz Erstmal kurz heilen Barrett Man schenke mir Vitra Sehr gut Und Weißt du was Barrett Du kannst auch den anderen gleich nochmal Vitra schenken Das war jetzt nochmal mit Jetzt gehen wir bei den Gegenständen Ah ne Hier L1 Ja Genau 1 2 Achso Jetzt hat er keine MP mehr Super Macht nix Diva Albert Musst du jetzt erstmal mit leben Alter Wie sehr aussieht Alles voll weggekratzt Puh Ja Ging doch eigentlich ganz gut Oder Gibt es hier noch irgendwas zum Aufsammeln Müssen wir jetzt eigentlich Die Geheimen Medizin Müssten wir jetzt eigentlich fertig haben Klaute alle Dinge auf der Liste Und sind wir nur noch zum Arzt zurück Die Jagd nach Coneros Cronjuwilen Haben wir immer noch nicht abgeschlossen Und hier Schreibhaus der Tiefe Haben wir jetzt abgeschlossen Irgendwo muss es noch so eine Tür geben Ich weiß aber noch nicht wo Na gut Wir gehen ja erstmal wieder raus aus dem Bums Achso wir können ja eigentlich Mit der 1 an die Oberfläche zurückkehren Aber ich will nochmal ganz kurz Erstmal hier durch die Tür Ich kann ja auch hier schon auf die Karte gucken Quarantäne Sektion Das arme Behemöfchen Jetzt gehen wir hier wieder ganz leise durch Okay Ja ich glaube Dass Wir hier jetzt genug abgegrast haben Hier gibt es nichts mehr irgendwo Hier Was ist das denn da Ach das war nur dieser eine Bereich Wieso bin ich da nicht hingegangen Hm 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 Wieso bin ich da nicht hingegangen Aber ich glaube da ist bestimmt nichts Und hier Hä wieso ist das ausgegraut Ach weil ich direkt runter gegangen bin So wir gehen nochmal eben Wie kommen wir denn von da dahin Ja ne U6 Hä wie kommen wir denn da hin Wie kommen wir denn noch weiter runter Hier eigentlich oder Aber hier ist nichts Zum runter gehen Nö Wir kommen hier nicht weiter runter Schade eigentlich Obwohl es ausgegraut ist Und man da vielleicht lang gehen kann Hm 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 komisch Na gut Äh ach so ja Wir gehen Wir kehren mal zur Oberfläche zurück Wenn wir hier mit der Leiter Leiter krabbeln Krabbeln fertig sind Weil Darum L1 drücken Und Jo Ah Na ging auch gut Der Kampf Ja dieser Schokomoppel Ich mag ihn nicht Weil er mich behindert hat In dem Einkampf Deswegen Hä Nö Werde ich ihn auch glaube ich nicht wieder einsetzen Ich weiß es noch nicht Schokomoppel 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 Mit ner riesigen Bözelbombe Was ist denn hier jetzt los Ladezeit Ladezeit Oh Ladezeit Ladezeit Oh Ladezeit Ah geil Medizin Äh Nö Weil Erstmal das hier abschließen Japp Japp Bitte Jetzt kann die Bürgerwehr endlich aktiv werden Und den Leuten helfen Ihr habt sicher alle Hände voll zu tun Halte durch Machen wir So ein paar Tiefschläge kriegen uns Leute in den Slums nicht klein Ach ja Hier ist ein kleines Zuhörer Nö Nice Schrei aus der Erde abgeschlossen Freue mich Das ist unser Zuhause Dafür müssen wir kämpfen Die Abrissbirne Was für Barrett Komm mal her Malden Großer Kräftiger Mitstreiter Abrissbirne Sehr gut Hat aber allerdings nur 4 Slots Aber ist nicht schlimm Ihr wird bestimmt gleich noch ein paar mehr Slots kriegen Jawollo Bebende Erde Barrett schlägt mit der Faust auf den Boden Und schleudert so Gegner im Wirkungsbereich in die Luft Mindestens 2 Gegner treffen Gut Das kriege ich bestimmt auch hin Allerdings Bevor wir das machen Waffenmodifikation Barrett Abrissbirne Machen wir auch wieder Automatisch Offensiv Ähm Ja So Gleich alles ausgeführt Und Oh Sogar noch ein Slot mehr Ja geil Hallo Dann 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 Obwohl Ne Hätten ja schon einen Slot mehr Ne Ach ne Quatsch Wir haben das noch gleich ausgerüstet Hier Abrissbirne Der Turmsteer hat auch schon 2 Slots mehr Jetzt Nice Ist das Kriegt man Für alle Waffen einen Slot mehr Wenn man Da irgendwas Glaube Oder Weil jetzt irgendwie alle Waffen Ein Slot mehr haben So Nehmen wir den da rein Puh Chakra Das wär das heilen Das gebet Nehmen wir auch nicht mit rein Och Gott Ausweich Rundumschlag Erstschlag ATB Schock Provozieren Ne Kommen wir mal an Erstschlag Erstschlag Bei den anderen Ist alles ok Ne Gut Fein Puh Dann haben wir das wenigstens Jetzt fehlen uns nur noch Diese blöden Geheimgänge Ne Geheimtüren Von Senore Don Conero Wir reisen mal nochmal schnell zum Dock Ich hatte ehrlich gesagt gedacht Ich hab grad schon etwas im Kopf gehabt Aber jetzt ist es schon wieder weg Ne Gut wir gehen erst mal Bahnhof Ne Eingang Hier Sekte 5 Eingang Genau da will ich hin Auf geht sie Auf geht sie Auf geht sie Schorle Einer unbekannten Marke Ach und Nasen jucken Ach ja Es könnte ja Es könnte ja endlich vorbei sein mit der Nadezeit So Jetzt mal wieder ruhig Und still Weil die Musik sehr ruhig und still ist Zu angenehm Und wunderbar Und super schön Warte mal Ne Hier gab es auch keine Tür Ne Vom Don Glaube nicht Ne Naja Ich hoffe es zumindest nicht Irgendwo müssen dann noch die Kronjuwelen sein Ich glaube die letzte müsste bei ihm in der Villa sein Wenn ich mich jetzt nicht irre Naja Ist egal Hallo Hier hab alles Ja 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 Gerne Für Aerith ein paar Sachen erhalten Äh Ja Fertig Schön Jetzt fehlt es nur noch die Jagd nach den Kronjuwelen Und Tja Wo Wie Und weshalb überhaupt Ich hab keine Ahnung Kirche Obergeschoss Ja Kommen wir da hin? Da kommen wir doch nicht hin Nicht mehr Dachboden Da kommen wir auch nicht mehr hin Vielleicht schließen wir das hier ab Wenn wir da hinlaufen Ich weiß es nicht Wir werden es sehen Ich werde es auf jeden Fall noch Richtung Korneros Hütte Mich begeben Und dann Äh Ja Entweder finde ich da jetzt unterwegs noch was Also dann da Wenn ich da hingehe Ach Schon wieder dieses Stück Ansonsten Hab ich echt gerade keinen Plan Wo das sein sollte Juhu Ich kann euch nicht genug danken Jetzt kann auch unser Betrieb wieder öffnen Ja Okay Ähm Ich wollte hin Und zwar Erschließungsgebiet Da hinten Ah Warte mal Ist vielleicht da Da war ich glaube ich noch nicht Erschließungsgebiet Dieser Bereich zwischen Sektor 6 und Sektor 7 Sollte als Bauland erschlossen werden Liegt mittlerweile aber schon seit langer Zeit brach Vor dem einstigen Bauvorhaben Zeugen heute nur noch verstaubte Geräte und Materialien Hinter der emporragenden Mauer Finden sich die Slums von Sektor 7 Ja Da hängt glaube ich dieses Seil auch runter Wo man dann hochkrabbelt Und Batterien einsetzt Um über Propeller zu springen Okay Erschließungsgebiet Hier war ich noch nicht Und hier gibt es bestimmt Die letzte Tür Vom Don Wo die Kronjuwelen Wo die letzten Kronjuwelen zu finden sind Okay Ich gehe gerade zurück Wollte ich nicht Hier 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 Hä Nee Wieso kann ich denn da jetzt nicht rein Ich will da rein Hallo Aufmachen Geht nicht Verdammt Kruzifix No mui Ja Hier geht es dann hoch Ähm Tiefer Ähm Tiefer Kannst du mal Dieses Ding da stehen lassen Das wäre nett Ja ne Hier geht es auch nicht lang Verdammt Wieso kann ich denn hier nicht rein Der sieht gefährlich aus Aber hier muss es ja wahrscheinlich irgendwie noch was geben In nah Ferner Zukunft Oder so Ach man Ich dachte hier wäre irgendwo noch das gewesen Jetzt die letzte Kronjuwelen Kram Aber ich Der hat noch was für mich Oh Entschuldigung Das nenn ich Musik Dieser Rhythmus motiviert einen richtig Du machst auch einen Erschöpfendeindruck Hier Zieh dir das rein Wu Tai Oh ja Stimmt Sehr gut Wu Tai Oh ich bin gespannt auf die Pagode Das ist ja aber verdammt große Munition. Ja, hm, schade. Ich werde mal mutigerweise hier einfach hinlaufen. Wenn ich da umgucke, da waren wir schon. Gibt es hier nicht noch irgendwo was, wo man was aufschließen kann? Hier war auch ein Schatz um die Ecke, ne? Den haben wir schon geholt. Genau, da glaube ich war irgendeine Waffe drin. Und hier können wir auch nicht rein. Hä? Ach nee, ich dachte, ich habe da gerade eine Kiste gesehen. War nicht so. Ja, und hier passiert auch nichts, ne? Damn. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Hallo. Kann er da? Und wenn ich jetzt... Hier kann ich auch noch reingehen. Ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ich will nämlich eigentlich die Hauptmission noch nicht triggern. Die will ich nämlich eigentlich in der nächsten Folge machen. Ich würde gerne noch diese Kronjuvel abschließen. Hier sind wir gar nicht lang gegangen das letzte Mal, ne? Cool. Oder? Sind wir hier lang? Ne, sind wir nicht. Ah ja, sehr schön. Ich kann vorher in den Keller. Ich glaube, ich kann die Quest nebenbei noch abschließen. Nö. Hast du richtig erkramt? Gab's hier noch was? Gibt's hier wieder was? Ne, ist auf, ne? Naja, ist auf. Aber kann man hier noch weitergehen? Ne, ne? Nee, 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 nee. Okay. 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 Wir gehen... ...auf jeden Fall noch mal in den Keller. Bevor es... ...weider geht. Gerade geschaut. Hier, nee, alles zu. Dann gehen wir mal hoch. Ist lustig, dass man hier extra hochgehen muss, bevor man in den Keller geht, ne? Habe ich auch noch nie gesehen in einem Haus. So, hier könnte man rein. Hier triggert ja, glaube ich, überall nix, ne? Hoffe ich mal. Okay. Hm. Nicht. Das war hier, glaube ich, das Zimmer von den... ...Lakaien, von den Schergen. Corneros. Gut, hier in der Mitte geht es dann, glaube ich, weiter. Ich versuche noch mal hier in den Keller. Da kommen wir auf jeden Fall lang. Aber ob wir runterkommen, weiß ich nicht. Oder geht's hier in den Keller? Ja, da hinten raus. Kurz um die Ecke gelunzt. Ja, nischt. Boah, hier könnten wir echt mal einer aufräumen. Unglaublich. Wie es hier aussieht. So. Gibt es hier unten noch eine Tür? 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 Da ist auf jeden Fall eine Tür. Ähm. Ich brauche Hilfe. Sehr zum Geiern. Okay. Hier kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen dann doch da oben durch... ...die Tür. Wer kann denn da unten gefangen sein? Ist das Scotch oder Scotch? Einer von beiden? Scotch oder... ...S-Hotch? Ich bin der Meinung, die hießen Scotch. Scotch und was weiß ich. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt gehen wir hier rein. Komm, scheiß drauf. Um zu gucken, wie ich... Ah. Ihr seid es? Yep. Was wollt ihr? Wir suchen... ...einen Weg, um rauf auf die Platte zu kommen. Und dachten uns, Corneo kennt sicher einen. Ich verstehe. Ihr habt Glück. Ich kenn einen. Wirklich? Dann raus damit! Kommt mit. Lassen wir ihn reden. Was ist das für ein Lach? Ein Großes. Wenn ihr mir bei der Sache helft, sage ich euch, wie er auf die Platte kommt. Hier geht's doch in die Kanalisation. Was willst du da? Dort ist ein Versteck von Corneo. Ah. Da muss ich hin. Wir auch. Du willst uns doch nicht etwa in eine Falle locken. Ihr müsst mir nicht vertrauen. Dann suche ich mir woanders Hilfe. Aber ihr könnt meine Hilfe dann auch vergessen. Okay. Helfen wir ihm. Und wenn er lügt? Töten wir ihn. Klar. Eiskalt. Sollt ihr recht sein. Also gut. Die Details erkläre ich euch unten. Sagt, wenn ihr bereit zum Abstieg seid. Ja, sind wir. Auf jeden Fall. Aber erst, glaube ich, in der nächsten Folge. Wo es weitergeht mit der Informationsgewinnung. Hier. Und ich denke mal auch, dass wir da unten fündig werden. Auf die restlichen, oder beziehungsweise die restlichen Kronjuwelen von dem Don finden werden. Ich glaube, da unten war auch eine Tür. Die ich nicht aufmachen konnte. Bin ich der Meinung. Aber, wie gesagt. Mal gucken. Nächste Folge. Denke ich mal. Gehen wir dem Ganzen ein bisschen näher auf den Grund. Würde mich freuen, wenn du auch wieder mit dabei sein würdest. Habt euch wieder einen schönen Tag. Schönen Abend. Schönen Nacht. Lass den Essen schmecken, wann du das auch siehst. Und ja, dann hoffentlich bis zur nächsten Folge. Wenn nicht auf die anderen Seite vom Bildschirm schneidest. Also mach's erstmal gut. Tschüss.